Kooperieren Sie mit anderen privaten Bildungsträgern und Hochschulen? Die Kooperation mit anderen Bildungsträgern, mit anderen Hochschulen, ist essentiell für unsere Hochschule, für unsere Bildungsangebote. Als Hochschule sind wir etwa im europäischen Programm Erasmus stark eingebunden und stellen sicher, dass unsere Studierenden im Ausland nicht nur Praktika, sondern auch Studienaufenthalte absolvieren können. Und im Bereich der Weiterbildung suchen wir sehr stark natürlich auch die Kooperation mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, aber auch mit Einrichtungen der Qualifizierung, weil oftmals erst gute Qualifizierungsangebote im Rahmen von Netzwerken möglich sind.